Auf die Sanitäter- und Notärztin Debbie Fischer kommt heute ein rätselhafter Fall um eine schwer verletzte Familie zu. Leitstelle Köln, hallo. Hallo, mein Name ist Maike Brenner und ich weiß nicht, was passiert ist, aber mein Mann liegt hier auf der Wiese. Ich war im Haus und es hat ganz doll einen Knall gemacht. Mein Mann liegt auf der Wiese und ich weiß nicht, was mit ihm ist. Frau Brenner, Ihr Mann ist nicht ansprechbar. Nein, er ist nicht ansprechbar. Frau Brenner, beruhigen Sie sich. Bitte bleiben Sie vor Ort. Die Rettungskräfte werden informiert und sind in wenigen Augenblicken bei Ihnen. Ja, bitte schnell. Die Rettungskräfte wissen natürlich auch noch nicht, was den Knall verursacht hat. Am Wohnhaus der Familie angekommen, bleibt den Spezialisten zunächst keine Zeit, nähere Hintergründe zu erfragen. Denn die Situation des Patienten ist dramatisch. Ach du Scheiße. Gib mir einen Beutel, schnell. Hallo, hallo, Rettungsdienst ist da. Ist gut, ist gut, ist gut. Rettungsdienst ist da. Wach auf! Ist gut, ist gut. Wir übernehmen. Wir übernehmen. Wir übernehmen. Alles gut. Ich habe keinen Puls. Ich mache weiter. Gehen Sie ins Verrückte. Beim Eintreffen an der Unfallstelle fanden wir einen Mann vor, der auf dem Rücken lag. Und eine Frau war schon damit beschäftigt, ihn zu reanimieren, wie es aussah. Die war so in ihr Tun vertieft, dass sie erst gar nicht wahrgenommen hat, dass mittlerweile die Hilfe schon da war. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 20, 24, 25, 25, 29, 30. Das erste, was wir natürlich machen, ist festzustellen, hat dieser Patient eine Atmung und einen Puls. Beides war nicht da. Das heißt, die Ehefrau stellte sich ja im Nachhinein raus, hatte schon begonnen zu reanimieren und das war goldrichtig. Was ist denn passiert? Ich war im Haus und es hat einen total großen Knall gegeben und ich bin hier rausgerannt und meine Schwiegermutter ist auch noch da. Schere. Kommt, kommt, kommt. Sättigung dran. Sättigung, ein Klipp ist dran. Ich werde mal nach hinten gucken gehen. Da ist irgendwie die Schwiegermutter, haben Sie gesagt. Was, was, was? Geh gucken, geh gucken, lauf. Ja, hier kommst du recht. 30. Man muss ganz klar sagen, wenn jemand einen Herz-Kreislauf-Stillstand erleidet, dann kann man nichts mehr verkehrt machen. Selbst wenn man sich an den Algorithmus 30 mal drücken, zweimal beatmen, in dem Moment nicht mehr erinnern kann, ist es wichtig, überhaupt etwas zu machen. Besser drücken und vielleicht im verkehrten Rhythmus als gar nichts zu tun, weil dann ist derjenige auf jeden Fall tot. Hallo? Hallo? Hey. Hallo, was ist passiert? Kommen Sie mal mit. Was ist passiert? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was passiert ist. Wir gehen mal kurz mal darüber, ja? Was ist denn passiert? Wer sind Sie denn? Ich kann Sie nicht sagen. Ja, und warum haben Sie sich jetzt gerade übergeben? Mir ist schlecht. Ja? Mir ist schwecklig. Kann mir einmal helfen, bitte? Beim Auffinden der Schwiegermutter war sie ziemlich verwirrt und wusste nicht so ganz genau, was hier passiert ist. Ich musste erst mal erfragen und gucken, was überhaupt los ist und warum sie in diesem Zustand ist. So, jetzt nochmal ganz ruhig. Versuchen Sie mal ganz ruhig. Debbie, ich werde noch einen zweiten RTW nachbestellen. Ja, auf jeden Fall. So, jetzt sagen Sie mir nochmal ganz in Ruhe, was passiert ist. Wir wollten grillen und ich wollte noch was hinten aus der Küche holen. Okay. Haben Sie sich irgendwie verletzt? Tut Ihnen irgendwas weh? Leitschwelle können für das NLF 1.1 kommen. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Mir ist einfach nur schwindelig. Ja, Leitschwelle können auch. Ich bräuchte noch ein weiteres Rettungsmittel zur Einsatzstelle. Ja, als NLF-Fahrer, vor allem als ersteintreffendes NLF-Fahrer hat man nun mal die Funktion, dass man als Orgel dient. Das heißt, man organisiert, man versucht die rechte Hand von der Notärztin zu sein oder vom Notarzt, um hier organisatorische Sachen abzuklären. Das heißt, weitere Rettungsmittel zur Einsatzstelle herbeizurufen und aber auch zu erfahren, was los ist und die genauen Erkenntnisse zu erfragen. Was ist passiert? Ich weiß es nicht. Ich war im Haus. Jetzt noch mal ganz in Ruhe. Ja, kommen Sie für das NLF 1.1. Ich habe im Haus alles fertig gemacht und dann habe ich nur den Knall gehört und dann habe ich gesehen, dass du bei Bewusstsein warst und ihn habe ich aus dem Fenster gesehen, dass er da lag. Und dann bin ich erst zu ihm gelaufen. Tut Ihnen irgendwas weh? Haben Sie irgendwo irgendwelche Schmerzen? Mein Herz. Ich habe Druck auf dem Herz. Ja, okay. Und warum halten Sie da Ihren Magen fest? Haben Sie da Schmerzen? Können Sie mir mal kurz Ihre Hände zeigen, einmal bitte? Ja, beidseitig. Okay. Und die Füße und so, können Sie alles bewegen? Ja. Da tut aber auch nichts weh oder so, ja? Nein, aber unter den Füßen habe ich Schmerzen. Unter den Füßen? Unter den Füßen. Darf ich mal ganz kurz mal drunter gucken einmal? Zeigen Sie mal bitte. Okay. Andererseits noch? Okay, alles klar. Gut. Debbie, so wie es aussieht, hat sie Einschläge in den Füßen. Das sind Verbrennungen, richtig schön eingraviert. Du Scheiße. Hast du mir mal den Puls? Oma, ich hätte gerne den Puls. Rhythmisch oder haarrhythmisch? Nee, Puls ist rhythmisch, aber sie klagt über Schmerzen im Herz. Zugang legen. Ja, mache ich jetzt sofort. Zugang legen, dass wir zur Not alles haben. Ja, erst im Moment. Sie bleiben kurz mal hier sitzen, ja? Für Angehörige gibt es nichts Schlimmeres, als denjenigen, den man liebt, plötzlich in so einer hilflosen Situation zu erleben. Wir müssen reanimieren. Sie weiß nicht, was ihrem Mann wird. Das Kind sah sein Papa da, hat gesehen, dass die Mutter sehr aufgeregt ist. Das sind wirklich dramatische Situationen. Ein Patient, der einen Herz-Kreislauf-Stillstand erleidet, muss natürlich von uns beatmet und reanimiert werden. Es gab noch einen Herzrhythmus, aber der war nicht mehr sortiert. Das heißt, wir haben das Problem, dass dieser Patient ein Kammerflimmern hat. Wir haben jetzt aufgrund dieser besonderen Herzrhythmusstörungen ihn defibrillieren können und Gott sei Dank kam auch der Rhythmus nach einiger Zeit wieder. Das zweite Rettungsteam und Notärztin Dorothee Kias erreicht den Einsatzort. Denn auch die Schwiegermutter der Melderin könnte aufgrund der akuten Herzbeschwerden jederzeit ein Kammerflimmern erleiden. Kannst du mir noch eben? Oh Gott sei Dank, dann sind die ja schon da. Dann lass uns noch einen Zugang. Die Dame kam mir von hinten entgegen, hat sich übergeben gehabt. Ich habe noch keine... Ja, ich habe die Zugangstasche. Ja. Und hat sich dann halt übergeben und klagte über Schmerzen im Herzbereich. Ich habe Einstellstellen im Fuß, wenn du mal nachguckst. Auf Nachfragen gab die Patientin Schmerzen in beiden Füßen an und bei der Betrachtung der Fußsohlen schienen die Spuren an beiden Füßen auf einen sogenannten Blitzschritt-Effekt zurückzuführen. Das heißt, sie muss in der Nähe eines Blitzes gewesen sein und die Spannung ist dann in einem Bein eingetreten und im anderen wieder ausgetreten. Irgendwas ist passiert. Irgendwo habe ich einen Blitz gesehen, aber ich weiß nicht, was passiert ist. Ich kann mich also an nichts erinnern. Ich kann mich nicht erinnern. Bei einem Blitzeinschlag werden die verschiedensten Organe geschädigt und die Nervenleitungen sind einfach die Bereiche, die am besten den Strom auch weiterleiten, sodass dort halt auch durchaus Strom zum Gehirn weitergeführt wird. Und dort können halt multiple neurologische Effekte auftreten. Ein Gedächtnisverlust ist einer davon. Wo ist Opa? Wo wollte... Gibt's noch jemanden? Oh mein Gott, ich hab den ganz vergessen. Was ist passiert? Der ist zum Auto und wollte wiederholen. Wer ist zum Auto? Mein Schwiegerpapa. Der war auch mit hier dabei gewesen. Und wo ist das Auto? Seit etwa 20 Minuten ist der Schwiegervater der Melderin verschwunden. Beim Auffinden des 59-Jährigen erwartet Sanitäter Oma Alves ein weiterer Notfall. Denn auch dieser klagt über starke Schmerzen. Hallo. Hallo. Hallo, was ist passiert? Wer sind Sie denn? Ich bin der Clemens Bender. Ja? Herr Bender, was ist passiert? Ich hab so schlimme Brustschmerzen. Ja, okay. Leitschule Köln für das NF1-1. Entschuldigung. Herr Bender, seit wann haben Sie die Schmerzen? Ich weiß nicht genau. Darf ich mal Ihre Hände sehen? Zeigen Sie mal bitte ganz kurz Ihre Hände. Die Kiste Bier wollte ich reintragen. Ja? Dann hat es ein paar Meter von mir geknallt. Ja? Und die Druckwelle hat mich regelrecht umgeworfen. Geknallt? Blitz ein Schlag gewesen. Okay. Da hab ich mich nur noch schnell ins Auto gerettet. Da bin ich ja sicher. Aber waren Sie bewusstlos oder können Sie sich an alles erinnern? Ja. Leitschule Köln für das NF1-1. Ich bin da. Nachdem wir den ersten Verunfallten stabilisiert hatten, stellte sich plötzlich heraus, noch eine Person fehlt. Das ist natürlich eine Katastrophe. Was war mit dem passiert? Mein Nefffahrer hat ihn dann auch gefunden. Und da mittlerweile der erste Mann stabilisiert war, hab ich dann auch da schauen können, was los ist. Und weitere Manpower wurde von uns nachgefordert. Tut es weh, wenn ich hier drücke? Ja, hier vorne. Okay, da tut es weh. Lassen Sie mich mal gucken. Puls ist da. Der ist regelmäßig. Darf ich einmal ganz kurz bei Ihnen? Tut mir leid. Ich muss Sie mal ein bisschen nackig machen. Okay. Ja? Wollen wir den Zugang auch hier schon mal legen? Ja, leider. Also ich hab jetzt einen weiteren Rettungswagen noch bestellt. Brauchst du einen Notarzt oder soll ich? Notarzt brauch ich auch. Ich musste ihn einen begleiten. Alles klar. Die dritte Person lag auf dem Rücksitz eines Autos und klagt über starke Brustschmerzen. Das kann natürlich viele Ursachen haben. Wir wussten ja mittlerweile, es gab Blitzschlag. Es gab mindestens zwei Verletze durch Blitzschlag. Was ist, wenn er das auch hat? Weil Herzrhythmusstörungen können dadurch entstehen und das kann potenziell lebensgefährlich sein. Er ist anscheinend durch den Blitz. Also es gibt so eine Druckwelle. Da kann man schon mal ganz schön durch die Gegend geschleudert werden. Und das ist passiert. Hier vorne ist ein bisschen instabil. Ja, das ist verstanden. Aber ich glaub schon, dass es nichts Schlimmes ist. Ja, der kriegt sofort was. Und Sie haben alles richtig gemacht. Machen Sie sich bitte keinen Stress hier. Sie haben das ganz toll gemacht. Wir haben Ihren Mann im Moment wieder. Ja? Ja. Darf ich zu ihm? Selbstverständlich. Aber er ist im künstlichen Koma. Ja? Er schläft jetzt. Wir nehmen ihn mit ins Krankenhaus, aber er ist im Moment kreislaufstabil. Nur deswegen bin ich hier. Dann geh ich jetzt wieder zu meinem Mann. Ja, gehen Sie rüber. Alles gut. Und versuchen Sie, Sie zu beruhigen, bitte. Ja. Ihr Schwiegersohn, glaub ich, ist das oder ist das Ihr Sohn? Mein Sohn, Herr Paul. Den mussten wir leider gerade reanimieren. Den hat es erst mal richtig erwischt. Aber er ist im Moment stabil. Nur deswegen konnte ich mich um Sie kümmern. Und der Kollege ist nachgefordert. Ja? Impression. Oh, danke. Ich habe gar nicht genug Hände für alles. Du, das ist aber spannend hier. Was war denn los? Ich habe keine Ahnung. Die Idee, sich vor einem Blitzschlag im Grunde genommen in ein Auto zu retten, ist klug. Das Auto steht auf Gummireifen und es ist aus Metall. Das heißt, der Strom des Blitzes gleitet im Grunde genommen draußen dran vorbei, ohne ins Innere gelangen zu können. Und das nennt man Pfarrerdeicher Käfig. Debbie? Ja? Ja. Einmal eine Mo. Ja, danke. Habe ich dir natürlich so aufgezogen. Ja, natürlich. So, junger Mann. Jetzt gibt es auch ein schönes Schmerzmittel. Vielleicht können wir das NF11 kommen. Debbie Fischer vermutet, dass die Schmerzen des Patienten auf Rippenbrüche zurückzuführen sind. Die könnten durch die enorme Druckwelle des Blitzes entstanden sein. Die Notärztin will auch ihn umgehend im Krankenhaus untersuchen lassen. Zuvor entdeckt sie jedoch ebenso eindeutige wie seltene Beweise für einen Blitzschlag. Ist es egal, wenn wir alle verschiedene Kliniken anfangen oder? Egal, wo ich was kriege. Vielleicht können wir das NF11. So, junger Mann, nicht erschrecken jetzt, wo Sie einigermaßen stabil sind. Ich muss einmal ganz kurz. Das ist ein Intensivbett, Verbrennungsbett für den Patienten, männlich, ca. 35 bis 40 Jahre alt, intubiert, beatmet. Wow. So, junger Mann, die hat es ganz schön erwischt. Sie haben wahnsinnige Verbrennungsmale. Was? Der Blitz hat sie richtig getroffen. Was dachtest du denn? Ja. Ach je. Ja. Ja, das ist verstanden. Warten Sie mal. Ebenfalls eine weitere Person, weiblich. Omar, tut mir leid, er muss auch auf Intensiv. Der Patient klagte über Schmerzen in der Brust. Insofern habe ich natürlich ihn versucht, auch unbekleidet zu untersuchen. Und da sah man dann plötzlich auffällige Zeichnungen. Das nennt man lichtenbergische Strukturen. Und das sind deutliche Zeichen, wenn jemand vom Blitz getroffen wird. Im Grunde sieht es so ähnlich aus, als würde Farn auf der Haut sein von der Zeichnung her. Und das ist etwas, was entsteht, wenn die Energie des Blitzes durch die Haut geht. Also, Blitzschlag. Ihn hat es richtig erwischt. Er hat eine schöne Eintrittsworte. Und du siehst, dass er auch die Zeichnung hat. Und ich nehme an, das ist auch die Ursache bei den anderen gewesen. Ich weiß jetzt nicht, ob die Frau auch betroffen ist. Ich habe die Kollegin noch nicht getroffen. Die Patientin war relativ leicht verletzt, was sich einfach daraus erklärt, dass der Blitz oder der Stromschlag nicht das Herz passiert hat, sondern wirklich über die Beine, Beckenregion und dann wieder ausgetreten ist im anderen Bein. Die Patientin wird ca. 48 Stunden auf einer Intensiv- oder Überwachungsstation überwacht. Die Verbrennungen werden chirurgisch versorgt werden. Und danach kann sie auch wieder nach Hause. Junge Herr, wir überlassen Sie dem Kollegen. Ja, der Kollege ist unterwegs. Und ich hole dich, Debbie, dann gleich ab, wenn ich hier die Übergabe gemacht habe. Alles klar. Ja, dann fahren wir, ja? Ja, danke dir. Danke. Nach einer erfolgreichen Reanimation ist es natürlich wichtig, dass die Patienten ein sogenanntes gutes neurologisches Outcome haben. D.h. wir müssen das Gehirn schützen. In diesem Fall werden die Patienten für 24 Stunden auf Intensivstation heruntergekühlt, in ein künstliches Koma versetzt. Und erst dann lässt man sie wieder wach werden. Das hat den Vorteil, dass das Gehirn durch die Unterkühlung eigentlich geschützt wird. Der Schwiegervater hat Rippenbrüche erlitten, die komplikationslos verheilen. Genauso wie der Mann erholen sich auch sein Sohn und seine Frau vollständig von den Verletzungen des Blitzschlags. Dieser war bei einem kurzen Gewitter offenbar im Garten der Familie niedergegangen. Untertitelung. BR 2018 Vielen Dank.